Wenn ich angetrunken wäre, weil die Augen völlig verschont sind. In der Fotografie macht man immer eins, man richtet den Kopf und guckt dann hin. Also nicht die Augen weggehen, sondern das Gesicht drehen. Ja, also wenn er nicht fotografiert, hier den Charlie, macht ein Filmstuhl von mir, dann sage ich, Charlie, go on, mach so weiter, aber zeig mir so ein bisschen an, das hat keinen Wert. Ja, das sieht in der Fotografie ganz schlecht aus. So, die nächste ist die Janina. Betonung auf dem Haddon J, so ist es gut, so bleibt. Ja, ein Schattendorf, warte, ich muss hier wieder, so ist es gut. Jawohl, das geht jetzt stark. Das ist echt stark. Ich bin mal in jedes Modeschön auf. Jetzt guckst du dir mal an, der gründliche Hintergrund, dann habe ich ISO mal komplett mit dem Licht raus, indem ich ISO-Wert hochdrehe, dann säuft der ab und dann sieht man die Farben hin. Das ist eigentlich egal, nur muss ich am Schluss nach Hintergrund sagen. Das ist mir jetzt eine Unterricht. Ja, noch eins. Jawohl, perfekt. Schulter. Da glättet die Kamera sozusagen ein bisschen. Was wir jetzt hier live noch als uneben sehen, ist überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Das ist schön. Jawohl, geil. Muss ich sagen, sie ist eins meiner Lieblingsmodels, weil sie immer sehr variabel ist und guck. Auf hoch, ganz. Schack. Ja, Arme locker. Hosen raus. So, es wird ein perfektes Umsatzbeschüttel. Sehr gut. Perfekt, passt. Noch eins, noch einmal, Spazierbein. So ist es gut. Passt. Jawohl, das ist es. Super. Ein Applaus für Janina. So, ich glaube, wir haben noch eine vergessen oder haben wir sie alle durch? Ja, natürlich, die Nala. Das Nala, schon immer noch dazu. Und dann haben wir sie alle fotografiert. Die Nala war dieses Jahr in, 10, 15, ich weiß nicht, wo wir waren, aber hier durch Europa. Haben noch harte Schlachten, um ähnliche Umlagen in den Kappahnen. Wir haben ja vorher in der Multivision-Show auch schon einiges gesehen, wo du da in den letzten Wochen und Monaten unterwegs bist. Wie viele Tage bist du im Jahr weg, Harald? Ich denke, so 130 bis 140 Tage, wo ich auf Tour bin. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wenn ich da bin, gebe ich noch Unterricht, mache noch Composing, mache ich noch Rhetorik-Unterricht für Unternehmen, Visualisierungstechnik und, und, und. Also viele Sachen. Tausendsasser, würde man sagen, ne? Ja, ein bisschen, ja. Bisschen, ja, es macht aber Spaß, ich würde es nicht mehr machen. Der ist noch gut. Jawohl. Sehr gut. Jetzt machen wir mal einen vollen Modenschnitt. Diakonal, Kopf mitgezogen. Ciao. Das war nichts, weil wir haben einen Schatten, aber so bleibt. Der ist es geil. Perfekt. Jawohl. Ja. Ist gut. Ja, ist auch gut. So klein. Perfekt. Danke, Dina. Und Applaus, das war die letzte Dame. Ich wünsche Ihnen uns einen schönen Tag und genießen Sie noch die HG ab, suchen Sie die Fototage und halten Sie ruhig. Mehr kann ich nicht sagen. Genau. Morgen zum Beispiel ist die nächste Bodenschau auch wieder um 11 Uhr. Du hast ja wieder so einen Nebensatz erwähnt. Ja.